moin moin meine lieben leute willkommen zurück zu lost in random und jetzt machen wir mal einen neuen kampf denn wir befinden uns beim schlosshof und sind immer dichter dran am schloss und ich glaube hier unten passiert jetzt noch was oder auch nicht mir gedacht ist hier irgendwas passiert auch die anderen um das auch ganz gut Würfeln wir mal doch mal hier eine kleine Runde. Klick bei diesen Hammer, ne? Nehmen wir den Ball. Das bleibt dann, oder? So, wir sind auch noch ein bisschen ein hier. So. Okay. Okay. Mist, ich wollte er durch zappen. Komm her. So, wo was wir noch finden hier? Das können wir auch übernehmen und wir können den nehmen. Okay. Oh. Wir wollen ein bisschen leben hier. Das können wir jetzt auch bekommen. Ganz easy peasy. Wir haben das nicht eingestellt. So. So. Wird ich nicht verarschen? So. Okay. Die sind nur da, ne? Oh, die sind auch da. Na, die sind nur da. Die sind nur da, ne? und die behalten wir den behalten wir ok so so ist das hat um von mir nein jetzt ist aber ein leben brauche ich ja sie mich dann raus das leben perfektes leben sogar ja nehmen alles mit was sie so gibt ok ok ist nur der da ok mal mal lieber den hammer ganz ab schusswaffe mit ok mal so endlich das waren glaube ich alle alle die schwarzen 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 die schwarzen die schwarzen schwarzen nur schwarzen das ist so du buch ab und zu hakt das ein bisschen wenn man so in in den falschen bereich da irgendwie längst geht oder so ich weiß nicht warum da ist der turm der 6 der remains die kassel war um so in die gewalt schwarzen Okay, jetzt sitzen wir so ein bisschen in der Falle. Oh, schau an diesen Ort. Es ist unglaublich. Und es hat letztendlich gelebt. Wir sind nicht alleine hier, Dicey. Wir können auch nach unten gehen, wie man sieht. Wir gehen mal nach unten kurz. Dann gehen wir nach oben, ich weiß nicht. So, und es hat auf jeden Fall ein Outrufezeichen. Das heißt ja, da müsste es eine Quest geben. Das ist eine Art Fahrstuhl. Oh, das ist ganz schön viele von denen, ne? Das ist sehr komplex. Was? Komm mal, guck mal, was da los ist. Komm mal, die Schlüssel muss hier irgendwo sein. Die Schlüssel hat sogar noch geschaut. Sie wusste nur, dass es hier irgendwo sein muss. Da ist er doch, oder nicht? Oh, nicht deine sehr hilfreichste Narration, Bruder. Wir müssen wieder hochgehen. Und oben den Schlüssel benutzen. Ich glaube schon. Wir machen das aber mal. Guck mal, also wir gehen jetzt wieder nach oben. Ich denke mal, oben wird man den irgendwo nutzen können, den Schlüssel. Wir müssen dann doch eine ganze Etage nach oben. Kann ja auch gut sein. Schauen wir mal. Ja, guck mal da. Ich bin mal einmal kurz. So geil, ich benutze die Karten kaum, ne? Karten auf der Tafel. Das ist ein bisschen mit normalen Rounds. Und wir haben immer noch mal. So. Eigentlich interessieren mich die Karten gar nicht mehr. Ich meine, ich habe natürlich Bock, die irgendwie auszuprobieren, aber ich komme da gut klar mit meinen Karten, die ich habe. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Deck, finde ich. Sie müssen die verrückende Aufer-Tower und face unsere Destinie. Ja, du bist hier nicht in any danger. Auch wenn du weißt, was zu einem Narrator passiert, wenn die Person, die sie hier wird erst mal gekämpft, glaube ich. Oh. Ah. 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 Oh haben ist okay wir sind nicht mehr so viel leben aber ich habe ja hier mir so ein ding aufbewahrt ich habe Komm her, die Affen. So. Blinzeln ist immer gut. Und dann... Ah, das ist auch nicht schlecht. Come on, get on! So, jetzt gehen wir mal ein bisschen volles Leben hier. Ah. Okay. Wo ist er? Wo steht er hinten? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier gibt es noch irgendwas, was ich werfen kann. Wer schießen kann. Ah. Freut mich ja nichts an. Ja, aber den können wir auch bewahren. Wo geht man jetzt? Ja, ok Das war der letzte Das sieht so aus, ne? Mehr kommen da nicht Speichert auch schon Boah, wir können ja nur höher gehen Müssen ja ganz oben Ja, dann mal ein bisschen Geht schneller Oh, da schmeißt der Stice hier runter, wenn sie rennt Schade eigentlich Was ist da denn? Zwei royal Mädchen Prinzessinnen Die zwei von ihnen waren die exakt gleichen Ähneln Gruselig Oh, das sieht schön aus da Wo ist sie, Tante? Wo ist sie, Tante? Kann man die ganzen Welten sich mal angucken Das ist ein besonderes Ach, man kann ja hinter den Thron gehen, ok Das ist verrückt, ist es? Das war es Der Punkt der keine Rückkehr Whatever der Ende war Even und Dicey Wir werden es treffen Listen, Dicey Whatever happens next I just want you to know Look, I'm I'm not too good with Feelings and Stuff But I just want to say I've Never become best friends With someone faster And we've saved each other's lives Countless times And Well Thank you, Dicey For everything Right, back at you, bud Now Let's go kick That queen's evil butt Together Dice, come on Okay, you're on my own Hiding, hiding Is, uh, is over here good? Hard Now then, children Inside that black dice Is your ultimate destiny Well, if it isn't the one From one town Even, was it? Poor girl You've marched all this way alone Only to find your own end Waiting for you Only I'm not alone, nanny And it seems to me That the only end I've been Marching towards Is yours Nice Such Oh Schon wieder das Teil Haben wir schon erst mal Schon gehabt, ne? Okay Oh Ah, nein Ah, gleich hier So Jetzt aber Kann sie sich auch bewegen Die Nanny Ich glaub nicht, ne? Nee, kann sie nicht Okay, dann nehmen wir jetzt Blinzeln auf jeden Fall Und den Hammer Und die beiden müssen wir schon mal Auf der Serie setzen Oh, okay, ist ein gleicher Das wird mir schwieriger, weil sie ja auch so ein Ah, guck mal Das ist ja nett von ihr So mir ein bisschen hilft Das ist doch gut, wenn sie ein paar Bomben Wer ist läuse ruhig? Sollen wir schon die Leute wegbomben hier Und dann Geil. Werfen wir nochmal? Die Nanny haben wir natürlich noch nicht so viel weggenommen. Jetzt gucken wir doch hier irgendwas hinbekommen. Pass mal auf. Und den behalten wir. So, jetzt müssen wir mal gucken, wen wir da jetzt wegflanken können. Die Nanny anscheinend nicht, aber hier hinten den auf jeden Fall. Ja. Ja, weg hier! Höft doch! Ja, müssen wir das einsammeln noch hier? Nein! Okay, was haben wir noch hier so? Ein paar Pfeile? Auf jeden Fall! Na, das war es eigentlich mehr, warum nicht? Da! Wenn ich die Bombe in der Hand weg mache, dann ist es noch viel cooler! Oh! So! So! Ich hab die Devine abbekommen! So, ich brauche mal eine Schmalzwatte! Oder irgendwas zum Schießen! Das finden wir doch jetzt, oder? Das ist auch nicht schlecht! Das ist auch nicht schlecht! Das ist auch nicht schlecht! Ich lass mal... Hier! So! No! Ah! ein manchen und manchen die nanni Nein! Ja, mehr war ich nicht. Ähm. Ja, ist noch einer erwischt. Schwierig, die Gards. Ach, ist noch einer, ich gebombt da, du Affe. Ach, ist noch einer. Ach, ist noch einer. Ach. 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 mal dabei, wenn wir ins Finale gehen und bis dahin, tschüss.